Benutze die Vergleichszeichen kleiner als, größer als oder gleich und vergleiche diese beiden Brüche hier, 21,28 mit 6 Neunteln. Ich schaue mir die Brüche immer erstmal gerne an und gucke, ob ich da schon eine Aussage treffen kann. Hier kann ich auf jeden Fall sagen, es ist größer als 1,5, ist auch hier größer als die Hälfte, aber wie viel größer und ob die jetzt wirklich da noch einen marginalen Unterschied haben oder nicht, vermag ich nicht zu sagen. Also müssen wir doch Berechnungen anführen. Und wie immer gibt es in der Mathematik verschiedene Lösungswege. Jetzt machen wir mal das Erste, was mir hier einfällt, zu. Und dann sagst du mir, ob dir das gut gefällt oder ob da vielleicht noch ein einfacherer Weg bei ist. Wenn wir zwei Brüche vergleichen wollen und das so nicht sagen können, dann wollen wir den Nenner gleich machen. Wir hätten gerne die gleiche Zahl im Nenner, dann können wir nämlich einfach die Größe der Zähler vergleichen und können eine Aussage treffen, ob die gleich groß oder unterschiedlich groß sind. Jetzt brauchen wir ein gemeinsames Vielfaches von 28 und 9. Und die kleinsten gemeinsamen Vielfachen, die finden wir immer einfach über die Primzahlzerlegung. Die geht folgendermaßen, du guckst dir die 28 an und überlegst dir, welche Primzahl mal welche anderen Zahl 28 ergibt. Und in dem Fall wäre das 2 mal 14. 2 mal 14 ergibt 28. Dann guckst du dir die 14 an, welche Primzahl multipliziert und welcher Zahl ergibt 14. 2 mal 7 und dann fällt dir auf, 7 ist auch schon eine Primzahl, also 2 mal 2 mal 7 ist die Zerlegung der 28. Jetzt machen wir das gleiche für die 9. Also wir haben hier 9. Da geht die 2 nicht ganz rein, aber die 3. 3 mal was ist 9? 3 mal 3. Und damit sind wir schon fertig. Jetzt müssen wir vergleichen, ob wir irgendwelche Zahlen hier zu viel haben, also doppelt oder dreifach Vorkommen haben. Wir brauchen insgesamt 2 Zweien, um die 28 zu zerlegen. Wir haben auch nur 2 Zweien. Das heißt, hier fällt nichts weg. Wir brauchen auch noch eine 7, um die 28 zu zerlegen und wir haben auch nur eine 7. Für die 9 brauchen wir 2 Dreien und wir haben auch nur 2 Dreien. Also das kleinste gemeinsame Vielfache ist hier tatsächlich dummerweise 2 mal 2 mal 7, was wir für die 28 brauchen. Und dann noch 3 mal 3 hinterher, was wir für die 9 brauchen. Also im Prinzip, was wir hier ausrechnen müssen, ist tatsächlich Nenner mal Nenner. Das ist in dem Fall das kleinste gemeinsame Vielfache. Also 28 mal 9, da kommt raus. 8 mal 9, das ist 72, 7 gemerkt. 2 mal 9 ist 18 plus 7 ist 25. Also dein kleinstes gemeinsames Vielfaches hier ist 252. Ganz schön große Zahl. Jetzt müssen wir noch was machen. Wenn wir jetzt unsere Brüche verändern mit dem Nenner, dann müssen wir den Zähler anpassen. Richtig? Machen wir mal. Also wir haben jetzt hier 21,28 und wir wollen hier auf den Nenner kommen, der da lautet 252. Was haben wir da mit dem Nenner gemacht, um auf 252 zu kommen? Da haben wir multipliziert. Mit welcher Zahl? Mit dieser 9, richtig? Wir haben 28 mal 9 hier ausgerechnet, um auf diese Zahl zu kommen. Also mal 9. Wenn wir diesen Nenner hier um den Faktor 9 verändern, was müssen wir dann mit dem Zähler machen? Wir müssen den Zähler mit genau demselben Faktor verändern. Also wir müssen auch hier mal 9 rechnen. 21 mal 9, dann hast du hier deinen neuen Zähler. Du hast im Prinzip mit 9 Neunteln diesen Bruch verändert. 9 Neunteln entspricht aber 1, einem Ganzen. Das heißt, du veränderst die Wertigkeit dieses Bruches nicht. Du machst nur eine andere Darstellungsweise. Also was ist 21 mal 9? Das rechne ich lieber nochmal schnell an der Seite hier aus. 21 mal 9. 1 mal 9 ist 9. Und 2 mal 9 ist 18. Ist also 189. Hier kommt also 189 bei raus. Okay. Jetzt haben wir unseren ersten Bruch hier also umgeschrieben in einen neuen Bruch, der genau die gleiche Menge beschreibt, aber einfach sehr viel größer aussieht. Das müssen wir jetzt mit dem anderen Bruch auch machen. Wir haben hier also die 6 Neuntel. Und wir wollen diesen Bruch umschreiben mit einem neuen Nenner und zwar 252. Jetzt ist die Frage, wie sind wir von der 9 auf diese große Zahl gekommen? Was haben wir da gemacht? Wir hatten die 9 multipliziert mit 28. Ganz genau. Also 9 mal 28 ergab unseren großen neuen Nenner. Jetzt haben wir aber den Nenner mit einem Faktor verändert. Da müssen wir genau das gleiche machen mit dem Zähler. Also wir müssen auch den Zähler mal 28 nehmen. Was ist jetzt 6 mal 28? 28 mal 6. Da kommt raus. 8 mal 6, das ist 48. 4 gemerkt. 2 mal 6 ist 12 plus 4 ist 16. Also da kommen wir hier auf 168. Jetzt können wir unsere Brüche, diese beiden neuen hier vergleichen. Also wir haben 252, einmal von unseren 21,28 mit dem neuen Zähler 189. Und unsere 6 Neuntel sind jetzt was geworden? Auch 252, mit dem neuen Zähler 168. Und jetzt, wenn der Nenner gleich ist, dann kannst du dir einfach diese beiden Zahlen im Zähler angucken und sagen, welche Zahl ist größer. Diese da, die 189, ist natürlich größer. Also größer kriegt die größere Öffnung. So sieht es aus. Jetzt frage ich dich mal, war das jetzt schön einfach oder eher holprig und steinig? Ziemlich große Zahlen, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Hast du denn vielleicht eine Idee, was wir noch machen könnten? Also einen anderen Lösungsweg quasi? Wenn nicht, ich verrate dir mal einen. Man könnte gucken, ob man diese beiden Brüche hier nicht erst einmal kürzen könnte. Und dann hast du ja einen kleineren Nenner in beiden Brüchen. Und dann von diesem kleineren Nenner könnte man vielleicht ein kleineres gemeinsames Vielfaches finden, als diese mega große Zahl hier. Also versuchen wir das doch mal an. Wir fangen wieder an bei unseren 21,28. Wenn wir diesen Bruch kürzen wollen, was könnten wir da machen? Also wir sehen, die 21, die geht durch sieben und die 28 geht auch durch sieben. Also du könntest die 28 durch sieben teilen und dann kommst du auf vier. Genau. Und du könntest auch die 21 durch sieben teilen und dann kommen wir auf drei. Dann haben wir drei Viertel und dann siehst du, das lässt sich nicht weiter kürzen. Also das wird auch schon mal ganz gut. Diese Bruchzahl ist viel kleiner. Diese 4 ist viel besser als eine 28 im Nenner. Dann machen wir das gleiche Kürzungsschema mit den 6 Neunteln. 6 Neunteln. Was können wir da irgendwie zaubern? Wir könnten die Neuntel durch drei kürzen und die 6 durch drei kürzen. Also das ginge auch schön. Das machen wir doch mal. Also wir könnten das geteilt durch drei nehmen. und auch den Zähler geteilt durch drei nehmen. Und da kommt dann raus, genau, 6 durch 3 ist 2 und 9 geteilt durch 3 ist 3. Sehr schön. Jetzt hast du also neue Brüche hier mit den beiden Nennern 3 und 4. Wenn du dir jetzt einen Kuchen vorstellst, ist dir hier vielleicht schon klar, dass 3 Viertel mehr ist als 2 Drittel. Aber machen wir mal ruhig die Rechnung zu Ende. Also wir brauchen jetzt ein gemeinsames Vielfaches von 3 und 4. Da kannst du jetzt einfach die Dreierreihe durchgehen, wenn du willst. Und gucken, welche Zahl sich dann überschneidet mit der Viererreihe. Oder wir machen nochmal einfach zur Übung die Primzahlzerlegung. Also wir gucken uns an die 4. Wie zerlegt sich die 4? Einfach in 2 mal 2, genau. Und die 3? Die 3, ja, die ist einfach nur einmal 3. Also das ist einfach nur 3. Um unser kleinstes gemeinsames Vielfaches hier zu bestimmen, müssen wir also 2 Zweien haben und eine 3. Und 2 mal 2 ist 4, mal 3 ist 12. Also unser neues, kleinstes gemeinsame Vielfache hier ist Zwölftel. Also was haben wir hier? Zwölftel. Wie kommen wir von 4 auf 12? Da müssen wir multiplizieren mit 3, genau. Und dann machen wir das gleiche, aber im Zähler, damit wir unser Verhältnis der beiden Zahlen nicht verändern. 3 mal 3 ist 9. Kommen wir also hier auf 9 Zwölftel. Sehr schön. Machen wir das gleiche mit den 2 Dritteln. Also wir brauchen Zwölftel jetzt. Einmal Zwölftel hier hingeschrieben. Wie kamen wir jetzt von Drittel auf Zwölftel? Was mussten wir da machen? Da haben wir multipliziert mit 4, genau. Und wenn wir aber den Nenner mit 4 multiplizieren, machen wir genau das gleiche im Zähler. Was ist 2 mal 4? Das ist 8. So, jetzt hast du diese beiden mit dem gleichen Nenner. Wir können das wieder untereinander aufschreiben. Also machen wir nochmal so. Also unsere 21,28 sind jetzt geworden 9 Zwölftel. Ja, und unsere 6 Neuntel sind jetzt geworden 8 Zwölftel. 8 Zwölftel. Und jetzt einfach bleibt übrig, den Zähler anzugucken, weil wir haben den gleichen Nenner. Die 9 ist natürlich größer als die 8, also werden 9 Zwölftel größer sein als 8 Zwölftel. Bleibt uns noch unsere ursprüngliche Frage hier zu beantworten. Also 21,28 soll verglichen werden mit 6 Neunteln. Wie rum muss das Zeichen? Jawohl, so rum. Weil 21,28 entspricht diesen beiden Brüchen. Es sind gleichwertige Brüche. Und diese beiden Brüche sind größer als die gleichwertigen Brüche hier von den 6 Neunteln. Also können wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass 21,28 größer ist als 6 Neuntel. 2,29 größer ist als 5 Neuntel. 12,29 groß. Und das ist eigentlich noch 15 Neuntel. Untertitelung des ZDF, 2020